Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktorium Multiplayer mit dem Wesley. Hi. Wesley ist weg. Ah, mach mal Stopp. Wow, mach mal Stopp. Ne, brich mal die Folge ab. Okay, ja, ist abgebrochen. Okay, warte mal kurz. Ich muss gucken wegen Essen. Das glaube ich gleich fertig. Das wäre scheiße. Ach so. Ja, einen Moment. Ja. Wir nehmen weiter auf, aber das merkt ihr nicht. Ich fliege einfach los. Dann starten wir gleich nochmal und tun so, als ob es das hier nie gegeben hat. So, machen wir es. Easy going. La la la. La la la. La la la. Fliegen sich die Viecher ja tot, ey. Boah, zum Glück können wir eine Ölinsel bauen hier. Eine Ölbohrinsel. 2.000% und jede Menge Fische. Ich mag das Flugzeug. Der verbraucht doch voll wenig, oder? Wenn er steht, gar nichts. So, Pumpe. Und. Tankschiff. Geht nicht, weil passt nicht. Dum, 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 dum. So. So, wieder da. Und? In 20 Minuten, also können wir schnell noch eine Folge ziehen. Ja, dann ziehen wir schnell noch eine Folge, würde ich sagen. Ja. So, warte mal. Ich hole mal kurz hier. Öl im Meer. Eins. Ja. Hast du Folgen nochmal schon gebaut? So. Alles hier. Spinier. Wir sind bei 11. Wow, den hättest du gerade nicht auch mit der Hand da ziehen können, den Strich, oder? Das ging so schneller. Echt? Mach jetzt. Ja, hoffentlich fahre ich los. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktoren Multiplayer mit dem Wesley. Hallo. Hallo. Ja, der Wesley muss gleich los, deswegen kürzere Folge heute. Jo. Tschüss. Ah, schön. So, Treibstoff. Warte mal, ich muss hier was vom Flugzeug klauen. Was ist das schön? Öl. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und wo ist der Hafen? Steht oder? In Wasser. Was? Nein, der Hafen viel Öl. Ja, hab ich ja noch nicht gebaut. Landmover. Der macht Wasser weg, ne? Oder wie war das? Ja. Wo willst du denn denn hinhaben? Hier. Passt das? Passt alles hier. Mach mal noch ne Reihe weg. Ah, dann muss ich's neu legen. Ich hab keinen Landmover. Nicht so viel. Okay. So ein bisschen Scheiße ist, das Zeug abzubauen. Mir gefällt das nicht. Das gefällt mir nicht. Ja. Wie rum fährt er denn hier? Ja. Oh no. Scheiß Flugzeug hier. Einem Glück baue ich gleich das Flugzeug ab, wo ich dritte sitze und dann war's das. Fasziniert das? Ja? Fasziniert das? Würde mich nicht wundern. Der braucht auch noch Wasser. Der braucht Wasser. Boil Boiler. Ja, kannst du ja wohl machen, oder? Und dann vorstehen wir auch noch. Ja, ja. Aber da hab ich ein paar von. Drei Stück konnte der, glaub ich, ne? Ja. Drei Stück. So, mein Freund, um Kupferstecher. Funktioniert das jetzt hier? Warum fährst du nicht los? Ach, den muss ich weiter nach vorne setzen, ne? So, muss ich den setzen. Öl im Meer. Äh, volle Frachtladung, leere Frachtladung. So, im besten Fall hält der jetzt an und fährt direkt wieder los. Ich hab kein Strom. Ja, wir müssen ja jetzt einmal kurz Strom haben, damit hier zumindest die Pumpe anläuft, ne? Ja. Kannst du ein Solarpanel? Ja, ich kann ein paar bauen. Warum machst du denn da jetzt so einen normalen Heizkessel dran, ne? Um Strom zu erzeugen. Ach soo, sonst hätte ich grad hier. Okay. So, wo ist der? Ist er wieder abgehauen? Ja, der muss ja erstmal vollladen. Der hat grad nur eine Ehrenrunde gedreht. Und, ich krieg hier kein Strom dran. Nö. Warum? Ach so. So, warum wird der nicht vollgeladen hier? Was soll das? Tschüss, Ladepumpe. Ist die wieder verkehrt? Wesley, was ist hier los? Du kennst dich ja aus hiermit. Eigentlich alles richtig aus. Okay. Ich weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Ja. Und was war? War ich jetzt ja mal zu hoch? Ja, ja. Äh, irgendetwas mehr. Jetzt fährt er jetzt wieder eine Runde hier. Der Sack. Wer braucht der nicht? Wer braucht der nicht? Eigentlich. Nee, kann man nicht. Kann nicht auf Wasser gebaut werden. Kann ich denn da Landfill hinmachen? Haha. Cool. Energieverbrauch. Was ist jetzt gemacht? Nix. Ey, nicht cheaten. Wer cheatet denn? Ah, da passiert nichts. Aha. Freunde der Nacht. Es läuft. Ja. Kann ich jetzt erstmal kurz voll rüsseln und dann... Kannst du die zwei Dampfmaschinen nicht bauen? Neues? So... Ähm... Dann fahren wir los. So, wollen wir mal gucken. Oh, wir müssen dringend hier was forschen. Und zwar... Können wir auf zwei Längen einladen? Beim Schiff? Ach, von beiden Seiten? Ja, hab ich gedacht. Muss das sein? Ne, können wir denn zwei nebeneinander machen? Von der Länge her? Ja. Sicher? Warte, ich hab ein Schiff dabei. Ja, haus mal hin. Äh... Nur ich brauch Strom. Ich krieg hier keinen Strom ran. Ist ja auch noch kein Strom da. Ähm... Wo sind denn die... Ah ja... Umsparwerke. Das sollte der knicken, ja. Das sollte so funktionieren. So, 1,93 pro Sekunde. Ach, das geht. 10 Megawatt brauchen wir. Der hat doch so viel. Die laufen hier schon auf Anschlag fast. Können wir bald noch was dran machen. Ah. Wenn's so gerade reicht, dann reicht's. Wir müssen kurz warten, bis hier geforscht ist. Hier die... Umsparwerke. Okay, okay. Ja, man könnte jetzt noch von beiden Seiten, ne? Dann geht's natürlich superschnell. Da sind es 24... Stapelgreifarmen, die die knicken können. Da gehen sogar noch ein paar hier ran. Geht schon was. Der hat schon... Ich glaub 15 Felder. Ne, warte mal. Da ist noch zwei. Hast du noch Landfill? Ja, ein bisschen. Machen wir hier unten was hin, dass wir da noch... Hier hast du. Ich hab's gegeben. Ja, warte, wir könnten... Warte mal, wir können ja die hier vorne begrenzen, damit die nicht vollgerüsselt werden. Einfach auf so ein paar Stacks. Reicht ja zum Vollladen. Ähm. Was machst du jetzt? Ja, jetzt einfach hier eine Verbindung hinmachen. Ah, da zieht er da leer. Deswegen hab ich ja hier vorne die Häuser begrenzt, dass da nur ein paar Stacks drinne liegen. You know? Und den anderen? Von der anderen Seite, oder was? Ja. So, so. So einfach marken wir das. Jetzt fliege ich schon mal zurück. Baut da einen Hafen. Natürlich Speed-Einladung, ne? Natürlich nur so lange, wie der Vorrat reicht, aber... Genw-Einladung, ne? Poli-F Son! Genw-Einladung, rein glad nach GK. Was wollte ich jetzt? Das weiß ich auch nicht. Ach, Lendenbauer. Die hatten wir doch automatisiert, oder was war das? Ja, wir sind da rechts neben der Forschung irgendwo. In der Ecke. So, Ströme. Das ist schon teilweise echt am Abkacken, ne? Komm, ich mach noch zwei da dran. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt, es fehlen Eiseplatten. So. Machen wir den Hafen denn hier hin. Hier ist, glaube ich, ganz geil. Ich, glaube ich, ganz geil. Der Beton ist weg. Was? Der Beton ist weg. Verdammt. Wie der ist weg? Da war voll viel. Äh, mit Beladern... Könnte man mit Beladern ausladen? Aus dem Schiff? Nee, hatten wir doch schon mal probiert. Ging nicht, ne? Ging nicht, ne. Dit ging nicht. So, wie lange ist die Folge schon? Äh... Ja, so 15 Minuten. 15 Minuten? Ich hab keinen Stahl, ey. Das gibt's nicht. Kann ich mal ein Warenhaus bauen. Da ist ein bisschen Eisen am Start. So, das sollte eigentlich laufen hier, ne? Soll ich schon mal... Ich zieh mal die Leitung, bitte. ... 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 so nicht mal umsparen kann mir nichts mehr leisten das base ist tot und base ist tot noch stahl wir haben muss mir schon einzelne stahlträger hier vom band klauen und zumindest gut dann würde ich sagen sehen uns beim nächsten mal wieder freunde jeder wester jetzt manchen und ja bis dahinten macht's gut auch drin und tschüss